ja ja und mein name ist an die röder und ich begrüße euch zurück zuletzt play dragon ball set karat ja keine haben wohl mal irgendwie folgt selbstgefällige grinsen auf dem gesicht irgendwie macht mich nervös und ja wir sind jetzt hier wir sehen können vor wohl machen ich war da angesprochen habe und ja okay ich doch die erwärmt und ja wir machen uns jetzt auf in dynamik sage ein leben wir jetzt dieses schiff hier borden werden worden gibt es dann ab deutsch keine und ja ich soll fortsetzen wir müssten eigentlich bereit sein ich muss aber noch mal einmal zur sicherheit nach oben weil ich bin sehr paranoid und ja sie da war schon so aussatz werden wir ja gut vorbereitet und so und ja ich sage los geht's alles ist bereit dass sie wirklich die geschichte fortfahren ja ja nur ich mir einen neuen haarschnitt ab wir wollen schon weiß auch ich merke es dann auch die haare schneiden lassen also ja das ist irgendwie komisch ja okay song von seinem kampf schwer verwundet muss sich wiederholen in der zwischenzeit macht song und seine freunde sich auf den weg nach namen um die dragon balls von dort zu holen und ihre freunde wieder zum leben ja da kann man ja mal machen die dragon balls sie sind so von überpowern kannst leute wieder beleben du kannst dir sonst immer wünschen wert hat nur erfunden nach jahr kreator jahr sind euch weiß ich die über porten objekte in überhaupt infekt schon irgendwie habe ich dafür egal ich verstehe man also verstehe man deine mutter ich habe erst gedacht so verstehe man ich bin noch ein kind muss mich daran gewöhnen hat immer ins mikro zu halten Ich nehme an. wie gesagt auch den scouter abgehört oder so ich weiß auch gar nicht okay ich bin ich mal gespannt wenn jetzt ja nicht mehr auf der erde herum kursen wenn man echt irgendwie nahmeck erkunden können damit er mal interessant nämlich nehmen an da wird jetzt nicht so groß sein wenn er da haben wir eigentlich auch noch nicht alles erkundet ich habe noch nicht der weltturnier gesehen auf der karte cell arena was gibt es noch ein baby ist aus wird auch ein gebiet sein oder so keine ahnung gibt es noch eine menge orte nehme ich an aber keine ahnung das ist ich noch nachdem sie auf fake namig waren wie ein paar forschtypen gefunden haben aber noch immer hat sein sollte eine stache köpfe das sagt ja Das war doch schon mal, Drakon Ball! Das ist wirklich, ihr habt! Ja, 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 ja! Khião! Mö. Ach, da ist die強ige木. Das ist die... ...die... ...die sehr einfach so, die ganz coolen木. Das ist... ...die ein bisschen ... ...die... 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 Das stimmt. Und das geht um die andere Richtung, also ... Oh, du hast dich in der Reiter geöffnet, dass die Ballen vier zusammengezogen sind. Das stimmt. Das stimmt ja. Was ist das? Wir haben uns keine Namekse-Güttchen. Ha, ha, ha! Das war's, was ich passiert. Ha, ha! Ha, ha! Ich will deine Sterben. Hä? wer hat er gedacht dass so ein okus plan wie geht haben lebenslasten schon so so früh zurückfeuern würde verruschen stadt verruschen schreibe ja Ich bin nur noch ein paar Jahre alt. Ich hoffe, es ist noch ein paar Jahre alt. Ja, ich bin noch ein paar Jahre alt. Was? 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 währenddessen Ich glaube, dass ich die Begeeta schaue. Ja! Das Problem ist, dass ich die Begeita für mich überrascht. Ich denke, dass ich mich überrascht und ich mich überrascht und in die Hand zu tragen. Wenn ich die Begeita für mich überrascht, dann wird die Begeita für mich überrascht. Die beiden haben mich sehr interessiert. ja was das angeht versuchten den voll die große rolle zu geben aber ja wir werden ja mal sehen ja Oh nein! Oh mein Gott. jemand fast unser schiff an der pöße ab wir hatten ja was auch trauer kliniker wer aber wir haben nur einen wald und ich gerade manchmal sorgen habe ich gerade bekommen genau den masenco gehst du mal erstmal auf zum block weg besser manchmal eigentlich sorgen er kann jetzt stecken wir ja ein bisschen fest so gerade so gerade friezer geduzt so dass die die Begeita also immer du sagst kumpel ich wäre sehen was sein angefragt zu weinen spüren einfach auf und schlagen in den stücke das ist frieders schiff heute ist wohl mein glück sagt ich darf nicht nur q in der queen stücke reißen sondern auch noch wie das schiff zerlegen level 23 aber ich dachte wir sehen es so vom scouter ja wir spielen wie geht da wenn man wollte ich mal angucken natürlich in dem schwein nein ich das ist aber gar nicht schreien meteor hammer körperaufprall ja sagen wir haben jetzt der name manchmal begehter hausse die kohlen durch auf geht ein sammeln aber ein paar ausgehen eingesammelt auf der erde nur ganz nebenbei er weiß wie lange ich hier nach oben machen werden aufnahme irgendwann gibt es einen neuen an weg oder nicht dann machen wir gegner aus oder landet irgendwann irgendwo ja machen wir den fertig da sind aber noch ein paar leuchtende dinge wir müssen sogar müssen ihn als erstes erlegen gerade gesehen da bin ich jetzt bin traurig hat hier gesehen habe ich jetzt vollkommen bürger hat sogar in dem schiff drin ich bin ja wo ist er denn nicht so blöd oder was da ist da oben war da sind ja leute können ja fliegen Ich habe mich nicht mehr als die Brüder gespielt. Das ist nicht das Wettbewerb. Das ist nicht das Wettbewerb. Dann müssen wir uns gut sehen. Wenn ich auf die Erde bin, habe ich gelernt, dass sie ein bisschen Spaß gemacht haben. Was ist das Wettbewerb? Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Oh, ich bin offen, um einen Entschließen. Das war der Wettbewerb, Ja, das war es so weit. Es ist 22,000? Du bist der Skauter, weil du eine neue Art ist. Ich werde mit mir ein richtiges Zahlen schauen. Was ist das? Ich habe meine neue Art ist falsch. Ich bin 24,000. Ich werde mich überraschen, was ich? ja es gibt es auf die ich habe den gleichen angefangen wir haben ein bisschen ziel suchen wir aufgeben wollte es ist aber schön auf losgang jetzt noch nicht mal meinen gar nicht strahling nicht ein ist auch so niedrig doch höher wohnen die fresse war schön wir gehen da und sagen wir mal wieder Oh, man. hier ist ja so ein wachler nach oben nah meck seigen 10匹ほどの反応が わかりました 持っているといいですね 爪のボール いきましょう nera me geta ık Koi. und sei es doch noch gar nicht fliegen oder kirche sohn abfeuern ja interessant wenn ich interessant macht auch eigentlich sind super masenco sobald weil er mit 20 recht haben versucht das war da müssen wir jetzt echt irgendwie war nicht gegen schleichen niemand wird uns so sehen aber ich kann gar nicht okay ja 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 Ich möchte nicht in Ordnung, um zu suchen. Ah, daß so... Wie, ich... Ich muss nicht, wenn wir nachher leben? Ah! Klini-san, fühlst du dich da? Ah, das stimmt. Ich bin Freizeit. Ich habe es gesagt, aber was war das jetzt? Was war das denn? Ja. I felt a lot of power. That little guy, would he have more, more, more advantageous. He could be stronger than the Vegeta. Oh, damn it. How do they take a dragon ball this way? ja es ist kompliziert aber wir haben es sagen ja alles hat auch schmauert verteilt anziehen anziehen ansehen war schon wieder so drauf ist noch früher okay so war never nice nice new book you will my touch no kinkyu jita you know it's a it wakka say you choose a no to do you know you know go to go to go to go to the kitchen okay so she's a das ist irgendwie nicht modifiziert ist ein vollkommen neue schiffe und dabei ist kakarott unterwegs ich bin ein ich bin ein hier das ist sicher wenn ich hier das ist ich habe in diesem das schreckliche scherz dann mal los das namen also das rein ich fliege ich will mal gerne ja so ein paar kuppeln oder so finde ich schon mal hier bin aber er scheint nicht möglich zu sein gerade ich nehme es einfach mal stark an wir dürfen nicht gegen heute kämpfen es ist also neben quest nicht erscheint eine ganz andere welt hier zu sagen wenn man sich ja was zu tun geben wo kommt da ist man endlich was da dürfen überhaupt gegen die jetzt kämpfen weil ich ich will das ding da einsammeln noch immer da ist kommen die echt nicht auf uns los weil die weil wir nicht am fliegen sind wenn es schlecht ja das was zum kaputt machen aber da ist noch die story also erst mal gewarnt dass sie auch vollkommen vergessen noch der erde da kann ich jetzt gar nicht kaputt machen egal wir sind da manche mord star mori yongana mekana dende そんな行くり戦闘力でよかしらを切れたもんだ あの機械でこの広いなめっくせいに点在する ますからブロード終わり終わりを探し 他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ 他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ 素直だと嘘を言いよって いいえいいえこうしたら素直になられましたよ ザーボンさん見せてあげなさい はっ これでお分かりのはるでしょ これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ なんてやつらだ ひとい ドラゴンボールを集める目的には つまらない年齡です 私に永遠の命をいただこうと思ってます nichts extra 1-0-unsterblichkeit このものがたとえんどらのボールを集めても 願いを叶えることは恐らくできない いや、いやもういい だが、約束しろ 子供には絶対手を出す そうそう、初めてから そうすればよろしかったんですよ これをもってとっとと達したり このものがたとえんどらのボールを集めても 願いを叶えることは恐らくできまい いや、いやもうええん だが、約束しろ 子供には絶対手を出さんと そうそう、初めてから そうすればよろしかったんですよ これをもってとっとと達したり ついでに、あと2個のドラゴンボールのある場所も 教えていただきましょうか ドラゴンボールは7個集めないと 願いはかなわないのでしょう ふざけるな 我々なべっこ星人は 仲間を売るようなまねだけは いやいやだ いやだよらっしゃが正前後で やむり スクラウラの全員かぽい na genau das jetzt hat er eigentlich fragen sollen ganz ruhig ja ich habe mir schon gedacht jetzt kommt ein echter kampf ich hatte nur einmal so irgendwie zu kicken oder weil wir wissen ein bisschen mehr aus den charakteren herausrunde man ja wortlich nur einen kampf also mit dem gab sowie mit wie auch gott noch mal in die fresse nein gott da habe ich mir die macht der freundschaft da noch drei palten da macht den super modus was auch immer der noch mal macht ich weiß nicht gesagt ich werde diesmal bin ich breit aber ich habe mir was anderes spektakulär ist vorgestellt 30.000 erfahrungsbote ja er ist schon da klingt aus ja Du hast es auch nicht! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Gohan! Ich werde es schlafen! Was? Ja! O-O-O-O-Ri! Wo? 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 Ich habe es geschafft! Ich werde es nicht mehr zurück in die Bruma. Ich werde es nicht mehr zurück in die Bruma. Ich werde es nicht mehr zurück in die Bruma. Du kannst du fliehen? Ja! Ich danke dir. Ich danke dir. Ich werde es nicht mehr zurück in die Bruma. Du hast es nicht mehr zurück. Was ist das? hier das blut rausch geht weiter und wäre es allein sagt ihm wer der boss ist möchte auch gerne so nebenbei ich habe auch noch in dem part es hat keine kugeln daumen sind welche so eine immerhin kann ich nicht mehr oh ja er ist wahrscheinlich wieder ein luft ich mache ich nicht den gleichen fehler so はい meげた So, es ist sehr schön, Dodoria-Dodoriya. Ich hatte einen Moment, dass ihr einzigartig sein könnt. Wenn ich Frieza nicht sein kann, dann wird es so gut sein. Du kannst mir immer so gut sagen. Ich werde das Skauter geben und werde es nicht so gut sein. Ich werde es nicht so gut sein. Das stimmt. Ich denke, dass die Musik der Namek-Serie von Namek-Serie in der Nähe des Namen der Namek-Serie war, dass sie sich die ganzen Skauter nicht verletzen würden. Das ist gut. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich will, dass sie mich nicht mehr verletzen. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Hmph! N-n-n-n-n-n-n-de-coh-as-hi-ga-gatt-a! Wenn du sie nicht, dann wirst du auch die Name der Namex-Scheiden. Ich sagte, dass die Leute auf die Erde, die nicht nur ein Scouter sind, sondern auch ihre Kraft und ihre Beziehung sind. Ich hatte auch die anderen Sajia-Scheiden, den ich in der Erde hatte. Das war's für mich. war kattel so dass wir noch mal sehen warum sie ist schon so komponiert aus ausgewichten wer sind wir mit gar nichts schaden und die tischers sind gar lecker was die linie war noch da gerade er macht mich ein bisschen fällig ganzes wagen ich bin der prinz das ein james und jetzt wir sind ganz dagegen kämpft irgendwie höher sind und jetzt ich auf einen gegner treffen der level niedriger ist und ich gehe auf die fresse gibt es nicht wenn die fressen war kann einfach nicht alles durchgehen aber ja was hat ein post kommt dann scheinbar ich die post kommt zu sein der typ zu stark ist wer hat jetzt irgendwie nicht mit rechnen er macht ja eigentlich so er war locker weg irgendwie in der serie er wird langsam ein bisschen knapp ich bin schneller oder auch nicht okay wenn ich jetzt ist baue dann bin ich dran wenn die fresse kommen knapp knapp Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wie jeder wusste, das war schon vorher. Ich glaube, wie jeder wusste, was ich. Ich habe das Gefühl, dass die Fliezer nicht mehr möglich ist. Wenn die Fliezer von Schrauben von Schrauben von Schrauben gehört, dann wird die Fliezer nicht mehr so gut sein. Aber ich muss nur noch zwei, nein, nur noch ein, dass ich nur noch eine Fliezer nicht mehr verstehe. das klingt nach dem plan begeht er währenddessen er Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Sachen. Ja, das ist das! Ich habe gerade ein sehr glückliches Telefonnummer gehört. Was? Was ist das? Son-Kun hat sich hier vorgelegt. Wir sind schon seit 6 Tagen gekommen. Aber ich habe schon sehr viel geholfen. Was ist der Vater? Ja, das ist das! ja nur sechs tage ist verdammt lang so bestimmte trophäe als es war so zu erledigen so zusammenfassungen freder schergen zerstören einnachdorf sollen wollen und gelingen können einen jungen namens denn von ihnen treffen an anderer stelle beginn peter seine suche nach den dragon balls 本でもないこと まあその話は後で聞くとして 実はな ここに客がきょったんじゃよ みんな思いはしたよりも厳しい修行を望んでおるぞ 4 聞こえるか国 あの世で死んだ神様にあってさ ここのことを教えてもらったってわけだ 4 聞きと いやむちゃと天使に ひょっとして ピコロもいろんか んちゃうそうでがいちゃうねん てめぇだけ強くなっていくのがこの俺様のプライドを許さないからです あと一人はなんとちゃうずさ 神様が特別に身体を再生してくださったらしい みんなをここで修行させるためにな すげぇ よかった いやむちゃと天使に ひょっとして ピコロもいろんか んちゃうそびがいちゃうねん てめぇだけ強くなっていくのがこの俺様のプライドを許さないからです あと一人はなんとちゃうずさ 神様が特別に身体を再生してくださったらしい みんなをここで修行させるためにな 神様のプライドを許させてくださったらしい 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 so ist auch ein bisschen chillen jetzt wiederum sagen das ist wahrscheinlich der letzte part heute oder weil ich noch weiß ich habe jetzt ein paar tuch gerne ich habe schon neun parts noch weiter aufgenommen kampf um die dragon walls jeder will sie haben schnappt euch alle korea kiga mitsugito ttg mtana meck seysin korea oberta chiera üppste bejeeta bejeeta ah no krizatte yolo wo doch gleich kamen wie begeta Wir sind... So, was das so? Ich bin endlich der Gehäuse, dass die Gehäuse ist. Bitte kommen Sie zu mir. Ich werde mich an den Oberfluss. Was? Oberfluss? Warum gehen Sie an den Oberfluss? Die Gehäuse haben bereits 4 Dramatische Gehäuse. sie Ja. das war aber mal kurz wieder eine pause machen wir haben ja viel zu langen der part er geht dann in den see geworfen dann würde ich sagen ich bin hier in der nächste folge sehen wir uns dann wieder wenn wir mit wie geht das killingspree er weiter machten nämlich an und ja in denen sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe ich hatte mal hinter das doch bitte ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und den kanal weiterhelfen und dann sehen wir uns in der nächsten folge hoffentlich